ja ein Leiter ganz kurzes Video jeder nicht über Formarama sondern über YouTube und dann möchte ich der Sandra Sandrine 412 was sagen denn ich konnte die ganze Zeit ihr die Stimme statt und gestern zum ersten Mal ich habe euch das mal keine Stimme hier oder nicht Und hier auch nichts. Aber gestern kam das Video zum Frankreich-Event. Wie denn mein Ton ist, also ich meine die Lautstärke. Weil, ja, ich habe gestern rumgebastelt, also blond bastelt und das geht nicht immer gut aus. Aber nach dem selber anhören habe ich mir gedacht, das ist jetzt besser. Und ich war ja furchtbar traurig, dass so viele sagen, deine Videos sind jetzt so leise und ich habe keine Ahnung was... Ja, und jetzt höre ich sie wieder und jetzt finde ich spitze. Dann muss ich nochmal an meinen Vorder-PC, denn da konnte ich nur die Videos mit tun gucken. Und jetzt kann ich hier wunderschön alles anschauen und kann wunderschön bewerten, das Video und alles. Und das finde ich doch ganz toll. Ja, und hier sieht man auch, dass ich mich sehr gefreut habe. Ja, das war's dann. Und dann bis zum nächsten Video zum Frankreich-Event, das um 12 Uhr übrigens startet. Und dann bis dahin. Ciao, ciao! Ciao! Ciao!